Und zum ersten Mal können die mitgereistenden Fans hier mittlerer Mannschaft jubeln. Thomas Schoen nimmt den Pass auf Grundwahl und da ist keiner der aus der Mittelfeldspieler. Er verspringt sich zwar leicht, aber dann visiert er das in die Ecke an und keine Chance für Thomas Gebauer im Tor wieder.